Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Part, den 49. um genau zu sein. Ja, wir haben ja schon das Rennen geschafft. Wir haben ein bisschen Geld noch gekriegt und so. Wir suchen jetzt weiter. Also wir suchen jetzt weiter nach diversen Bienen und Geld und machen und tun. Alter, das Auto, ne? Sieht so gesund aus gerade. Das sieht einfach so dermaßen gesund aus. Man muss es ja auch kaputt fahren, ne? Da oben ist auch noch Platz. Meinerseits hier. Guck mal her, Junge. Ins Gesicht. Boah, ist das laut. Wieso mehr? Wir sind doch am Meer. Das ist doch so hier Strand und so, ne? Wir müssen ja auch hier rüber, ne? Irgendwie. Da ist noch Geld und so. Vielleicht auch noch ne Biene, wenn ich Glück habe. Dann hier war ja bei dieser, äh, die, diese, ähm, diese komische... Dings. Also hier dieses Zettel. Und wie gilt nicht da wahr, weil ich das gar nicht wissen. Ähm. Was? Du Scheiße. Ja, du Scheiße, weh. Renne ich doch und weg. Ja, Alter. Treff mich doch noch mal, du vollen Fotzen, ja. Wie ist Fotze von Biene hier. Scheiß Kackbiene. Guck mal hier rüber, ja. Komm hier rüber, aber noch nicht raus. Scheiße. Dann trete ich dir ins Gesicht. Und der wollte, der konnte dir auch nicht treten, ne? Oh nein. Warm. Ins Gesicht, ey. Ins Gesicht, ey. Wie mies ist die passiert, die Biene. Alter. Die ist ja mega mies. Mega mies. Wie ich darüber geskillt bin. Alter, krass. Ich kann es halt, ne? Wow. Ich kann es. Ich kann es halt, ne? Ich hab's drauf. Auf jeden Fall. Suizid. Aua. Da oben ist ein Zettel. Ein Zettel. Mmh. Im edlen Fachkreisen wird das Zettel genannt. Ins Gesicht. Hat er mehr als verdient. Hat er mehr als verdient. So. Yay. Nochmal ein Schild. Nochmal ein Schild. Habt ihr es gesehen? Warte mal. Geil. Das war ja mega. Wir sind hier auf dem Schiff. Das ist so cool wie ein Swimmingpool. Ja, das glaube ich dir gerne. Boah. Hm. Keine Biene? Was? Es sind mindestens 20 Münzen hier. Es sind schon 200 wieder. Das ist sehr gut. Wir werden auch jede einzelne brauchen. Ins Gesicht! Jo. Mein Fuß auch. Mein Fuß ist auch aufgewühlt. Hier nochmal ein Tritt. Ein Tritt ins Gesicht. Kannst du bitte aufhören. Nein. So. Machen wir weiter hier. Mal weiter suchen. Und wo ist Batman? Nein. So. Oh. Das ist ein Anker. Ich habe mich in den Level verankert. Hahaha. Oh mein Gott. Es ist ja kein Problem, wenn wir aufs Schiff gehen. Wir gehen aufs Schiff rauf. Geht mal richtig aufs Schiff hier. Durch diesen Glitch kann man ja da rauf. Ja, ja, ja. Laufen, 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 laufen. Laufen, Bienen treten. Hä, wie soll ich... Blöde! Schnauze! Hier wird nicht geschossen. Hier wird gestorben, Junge. Nein, er schießt benüchtert. Alles für Bart! Ich schieße immer mit meinem Penis, weißt du. Bei einer Frau. Wohl will, kann er wissen. So ein Segelschiff, was kann man hier machen? Oh, ich muss kotzen. Weißt du, kennt ihr den Part noch? Voll der Insider gerade. Hey, wie soll man denn da durchkommen, bitte? Alter, hab ich voll geblendet gerade. Hä? Alter... Hä? Ihhh... Ih, da wird rotes Zeug ins Wasser gelassen... Ihhh... Ekelhaft! Gut, dass das nicht weh tut. Ihhh... Gut, dass das nicht weh tut. Gut, dass das nicht weh tut. Gut, dass das nie weh tut, gut, dass das nie weh tut. Ihhh... so dann machen wir mal das was wir machen wollten und zwar in den todtöpfen aus hübschen glitsch accepted das einzige ist die glitsch den bug den ich akzeptiere war sie keine karte weiter gibt dann weiß ich auch nicht die 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 pumpen rotes zeug ins wasser ich will gar nicht wissen was das ist erdbeertage sind das wahrscheinlich die pumpen erdbeertage ins wasser wie ekelhaft ist das denn bitte wie ekelhaft die pumpen rotes erdbeerwasser also ich will gar nicht beschreiben was es ist für den erdbeerwasser ich mir das gar nicht näher erläutern was punkten die halt hier dreien das ist so ekelhaft einfach die biene kriegt auch noch ich habe gerade einen bruder getötet du alter biene du komm mal her da warm also kaum was gemacht und schon ist die geschichte jung hier gibt es auch das filmstudio noch irgendwo das muss man ja auch noch finden da muss ja auch da muss da wahrscheinlich auch noch bienen und geld und dies das und jenes ich sehe die fand ich mal schönsten wo so mit lisa und so ich fand ich am besten also fand ich echt schön konnte man sich geben alter habt ihr das gesehen ist immer so nah wie geil hat man gesehen krass na gut gehen wir mal wieder runter also hängt auch noch nicht fest wenn ich nicht so viele video spiele spielen würde ja es ist aber nur ein vorurteil weißt du ne gibt auch gamer die auch sport betreiben und sich fit halten also man kann nicht alle über den kampf scheren das geht nicht das geht nicht kannst du nicht machen scheiß bühne kannst du mal treten junge bis hier beschießen lassen der will sich beschießen lassen der junge der kann auch gar nichts mehr kann jemand die biene töten ich meine gut die wir für vor bienen würde ich eher weg rennen aber hotpants heiße höschen jetzt fliegen überall unterhosen rum das ist bestimmt der unterschlüpfer von most wanted weiss das sind die unterschlüpfer von most wanted weiss hier liegen alle rum in den ganzen unterschlüpfern bin ich halt bei most wanted gegangen deswegen sind ja so bunt und das waren einige unterschlüpfer wo ich halt im reingegangen bin und halt ein paar zu beenden das ist das irgendwo ist es wieder hoch die sollen da hochkommen was weiter wie soll das denn möglich sein hä wie soll das denn möglich sein ich musste auch hoch darüber es muss möglich sein ich muss nur mal gucken wie da hoch wird es wohl nicht sein oder ich weiß es nicht es wäre eigentlich krank das auszuprobieren nein mist hey wie soll man da denn was wie soll man denn da hoch wie gelitten ist das denn bitte das ist ja krank das ist gelitten herr meyer so was will der jetzt wirst du gil aushelfen ein panzerwagen der folgungswagen alle geil 400 500 ich lasse es ich lasse es die zukunft also die vergangenheit hat mir gesagt nein nicht immer alles kaufen wenn man gerade mal das geld dazu hat oder hätte ich mache es lieber nicht spare sonst kommst du wieder in situationen die du gar nicht haben möchtest wir haben gerade 500 münzen jetzt können wir uns eigentlich einen verfolgungswagen kaufen könnten alter das war mitten ins gesicht obwohl ich wollte ich wollte eine stampfattacke eigentlich mal machen wie kann man die stampfattacke machen kann man die was ist das war mitten amt alter auf dem kopf eine stampfattacke gemacht mega geil ich will nur mal gucken was ich sie noch so zu machen oder kaputt machen gibt oder zu holen ich weiß auch nicht die noch mal los ist ich weiß ja nicht ja ich will mal versuchen das filmstudius finden da ist auch noch genug münzen glaube ich mit der kleine sammelfolge gerade aber die müssen die sie waren auch sammelfolgen sind auch wieder nötig gerade weil ich auch müssen habe ich keine lust gerade muss ich wirklich zugeben wieso mitfahrgelegenheit du fährst das ding selber ich hatte so ein ich hatte so ein auto mal als tretauto so kommt man einst kommt man reinsteigen da kommt man so in die pade treten und dann kommt man da so mit rumfahren das war mega geil habe ich mal geschenke kriegt fällt mir mal so ein das ging nach hinten los dann zieh doch weg das noch ein auto das aus dem wand aus der wand ragt kann man da nicht irgendwie was bringt denn da schwarz was das denn ich weiß gar nicht wissen machen wir weiter erstmal weil sogar nicht wie ich denn dahin gekommen bin weil es ist schon mega ist schon wieder ein bisschen länger her wie ich das gezockt habe und deswegen das noch ein rennen aber das machen wir später weil ich will einfach nur sammeln gerade ich habe auf rennen jetzt keine lust auf rennen habe ich null bock gerade das rennen haben wir erledigt ich glaube ich fahre hier wieder im kreis oder ich glaube schon ja dann fahr mir nur wo ich hin muss wo ich sammeln kann wieder weil hier war ich 100 pro schon wie ich den scheiß da oben kriegen soll könnt ihr mir ja mal in die kommentare schreiben wie ich das kriegen soll ich habe keine ahne halt ich habe was gesehen ich habe auch schon bessere tage gehabt aber zumindest ist das essen umsonst ich habe ich gesehen junge was komm schon es ist wie ein spiel im spiel hehehe alles meins bam aufs auto geil voll aufs auto geklatscht bämm ins gesicht es sind noch mehr bieten das höre ich das ist noch eine komm her wer ist er denn ach so wegen den rennen dann im brunnen die man später mache ich die münzen sammeln kann man schon was erledigen hier treten 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 so diese münzen ja fast 600 münzen wo haben wir denn nein ich müsste hier mal runter oder hoi was oh ähm ja toll wenn's nicht zu viel ausmacht hätte ich auch gern ein neues auto du hast jetzt ein neues auto einen ferrari münzen sammeln auf dumm ja alter dieser biene aus maul wie viele bienen ich jetzt schon gekillt habe 8 bienen habe ich schon gekillt 5 gags von 11 läuft gut 1 2 3 strahlen schon ein bisschen was geschafft finde ich ja gut die kamera die tut ihr bestes um zu beschissen so beschissen zu sein wie möglich da hast du auch sehr gut umsetzen kann die kamera was die schraubenschlüssel ich denke mal schon wer braucht eigentlich so einen riesigen schraubenschlüssel was für eine riesige hände muss man haben um so einen riesigen schraubenschlüssel halten zu können ich wundere ich wundere ich wundere ich wundere ich wundere mich warum das auto so schnell ist das soll ja ein ferrari darstellen und die sind halt schnell ich schäbe mich so nein das rennen machen wir haben alle drei rennen schon gefunden ich weiß nicht wo das zweite ist und das dritte das weiß ich auch das dritte haben wir ja wir können alle rennen machen dann ist nur die frage ob wir es schaffen ne du bühne das macht mir gar nichts aussieht zweimal zu treten das macht sie ein bisschen naja anspruchsvoller man soll auch anspruchsvoller werden sind ja schon schließlich schon weit gekommen wie weit weiß ich noch nicht weil ich habe das ja noch nie durch ich habe das ja noch nie durch gespielt aber geld sammeln ist sehr schön kann man machen kann hier oben hoch nein nehme ich mal rein und dann werde ich hier mal wieder ich habe die alarmerlage nachgemacht oh man waren das jetzt eigentlich zwei dinge oder trinken strich sieben wo ok ok ich werde nichts kaufen ich will nur gucken hugo ach ja das ist von der einen folge ähm hier die äh simpsons folge wie aber wo wo das ist ja hier ich weiß auch gar nicht das ist irgendwie eine halloween folge gewesen mit dem hugo das ist ja geil Kadett Bartman ne ach schon mega nein das wollte ich gar nicht ich wollte eigentlich zurück na gut alter barfuß rumrennen ne ich hoffe ich kriege noch genug geld zusammen damit ich ihm noch andere sachen leisten kann wow wir haben schon überlänge nein mist dann muss ich hier pause drücken und wir sehen uns im nächsten part wieder wenn euch das video gefallen hat könnt ihr mir einen Daumen nach oben da lassen wenn ihr nichts mehr verpassen wollt könnt ihr mich abonnieren und sonst würde ich sagen vielen Dank fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal Ciao